Hallo Leute und ab zum Union Square. Warum, fragen Sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Brieftauch! Spider-Man, holt ihn euch! Feier! Spider-Man! 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 und ab geht die post alter ich bin immer noch hin und her ich bin an einer baustelle von fisk und hier laufen viele typen rum die nicht wirklich was das finde ich heraus ich habe eine nachricht von dort anscheinend hat er eine idee für ein spidey gadget angehängt der erfindet doch ständig was hat die x gedrückt um auf prallnetze zu stellen das wissenschaftliche ok das könnte funktionieren mal sehen kann ich nicht lesen die brille vergessen unglaublich doch wäre stolz ihr seid neu hier Deswegen sage ich euch, regeln Sie mal eins. Ja, toll. So war das nicht geplant. Ich dachte, der Boss hat ihn mal umgebracht. Vielleicht hat er das. Lenny sagt, es gibt mehr als einen Spider-Man. Sei bloß still. Das fehlt uns noch. Eine Spider-Man-Armee. Ihr seid nix. Wir seid neu hier. Deswegen sage ich euch, regeln Sie auf. Da ist er! Ich schlag dir die Schädel ein! Das ist die Ballerina. Auf ihn! Das ist die Ballerina. Oh oh, noch mehr von denen. Bäm, bäm. Wir haben vier illegale Waffenhändler im Radius von drei Waffen um die Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Und schwächer. Schwächer. BAM 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 B nur wichs arsch naja das müssen wir jetzt eine bringe vorher war das let's play nicht beendet ich bin ich will im traum daran willkommen zur partie hausregel bitte schuh ausziehen es sei denn ihr tratt keine socken dann gilt Kauft euch gefälligst welchen! Ausscheiden! Los! Wir müssen ihn aufhalten! Ah, will jemand aufgeben? Nein? Hör auf, Davey! Hör mir da, Spider-Man! Hier, ein Geschenk für dich! Meinst du an Arschlüsse gefällig? Hier, frisch! Mach ihn endlich fertig! Versenkt ihn hofflos! Ach, Mann! Ach, Mann! Raus! Achtung, der! Ha! Fisk ist's egal! Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, Mann! Wir haben uns nicht besiegt! Schlagt den Schuh! Oh, hey! Mehr Typen! Willkommen zur Party! Ausregel? Bitte Schuhe ausziehen! Es sei denn, ihr tragt keine Socken! Dann gilt, kauft euch gefälligst welche! Dann, ich habe ihn veröffentlichen! Oh, mach ihn endlich fertig! Mach ihn endlich fertig! Mach ihn endlich fertig! Ah, will jemand aufgeben? Nein? Du hast es so gewollt. Echt? Du hast es so gewollt. 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 Jetzt gibt es saures. Echt? Du hast es so gewollt. Du hast es so gewollt. Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet. Daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette das und auch verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Ja, wir versuchen es. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.